Boris, wieso hast du nicht gesagt, dass heute Fan-Treffen von dir ist? Also ich wusste, da kommen einige Leute, aber so viele... Boah, sogar für Krankenhäuser haben wir gesorgt. Es kommen immer mehr Leute zum Fan-Treffen. Wir verteilen schon Vitaminwasser, damit jeder gesund bleibt. Nehmt euch ruhig hier Wasser mit. Nehmt euch ruhig Wasser mit. Kommt alle, kommt alle, Wasser hier. Schön und gut, dieses Wasser, aber jetzt ist meine Blase so full. Wie sagt man so schön, wer suchet, wer findet? Ich hoffe, dass es auch. Bitte, bitte, bitte. Bis gleich. Wie viel Glück kann man eigentlich haben. Karin freut sich auf dich. Hallo, hallo, hallo. Willkommen auf der Düsseldorfer Rhein-Kimmels. Bitte alle einmal abonnieren. Boris nochmal bei YouTube. Dankeschön. Boris, hier lang. Die andere Richtung. Achso. Scheiße. Was macht der? Was weiß. Boah, also das sieht voll krasse aus, oder? Wunderbar, Alter. So, haben wir drauf? Ja. Wer ist dafür? Okay, lass drauf. Ey, jetzt geht's los, ne? Oh, ja. Nur wir weiter haben uns getraut. Aber auch. Das war das krasseste, was ich jemals gemacht habe. Und da geh ich mit dir irgendwo drauf, Bruder. Boah, herzgefassend. Boah, lass da hin. Das sieht krass aus, Alter. Oh, guck mal, wie hoch das da ist. Das ist geil. Wie hoch? Ich mein hier. Zu den Pflanzen, Mann. Pflanzen gewinnen. Kaktus. Das wär geil. Ja. Ja, aber nicht die Trikots abschießen, Mann. Mach uns wieder hoch. Geil, wir haben den Ball gewonnen. Ja. Ey, guckt euch das mal, Alter. Es gibt sogar Hau den Lukas. Hast du Bock, Hau den Lukas? Ich auch. Karin, sei aber ehrlich, wie schmeckt die, Bruder? Gut. Sehr gut. Seck. Ey, wo sind wir? Wo sind wir? Wir fahren nach Holland mit dem Schiff. Wir fahren wieder nach Holland rückwärts. Ja, das sind die Bilder, die ich handel. Ja, ja, richtig. Hey, weg. Jawohl. Ja, ja. War doch nur ein Spaß, Karin. War nur ein Spaß. Für Karin ist sowas dann sehr peinlich. Karin. Ja, ihr habt den Bock auf Champions. Ja. Und man darf. Ich esse was nur mit dem Karin. Ja, ja, mit dem Karin. Poh, die sind auch Bombe raus, oder? Ja, das ist ein bisschen. Das ist echt. Das ist kein Spiel, das ist echt. Der tägliche Wahnsinn hier bei der Geisterbahn. Das Gespenst schlechthin macht Fotos bei allen. Wenn euch der Kims-Vlog gefallen hat, schaltet gerne beim nächsten Mal vorbei. Für uns geht's morgen in den Urlaub. Wir nehmen euch mit. Bis dahin. Wohin geht's? Schreibt mir auf Instagram, ich schreibe euch. Let's go.